Musik Schlafen gehen zum Beispiel am Bauernhaus Das ist ein Creeper Weil ich muss was essen So Auch hier eine Ansammlung von sinnlosem Scheiß Können wir da mal mitnehmen, wo liegt hier Holz ohne Ende Sammlung von sinnlosem Scheiß Auch noch Kohle Dann stocke ich hier gleich mal auf Da ist auch noch eine ganze Menge Zeug drin Was haben wir hier noch für eine Schaufel? Auch eine Behutsamkeit? Ne Schade, schade eigentlich Gut, wir gehen gleich mal pennen Brenne 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 Brenn Brennen Brenn 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 ok jetzt haben wir hier holz 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 fick dich so holz 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 das ist glaube ich auch eine gute maßnahme um jetzt einfach mal hier aufzuräumen die monster ausgeschaltet zu lassen sonst habe ich im ende mehr schnell rein als ich eigentlich wollte stein 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 wo wir den stein rein so stein stein sortieren wir das maß boah ich liebe diese option hier ein bisschen erde dann geht's hoch das ist sogar das was anderes das haben wir noch und eigentlich das ist wieder was anderes das könnte nicht hier das habe ich auch nicht aber ok hier haben wir noch schwarz pulver hier haben wir oben gehen das ist ein lohnstab ok hier haben wir bäume laub kommt runter hier haben wir noch zombie fleisch müsste eigentlich eier sind hier ok und zucker kann man hier reinpacken so noch mal hier noch was man hier gibt kies und laub habe ich hier und kohle und zäune und so ein spaß das gehört jetzt hier rein kohle 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 feile eisenschwert ich komme das sehe ich mal mit genauso wie das hier weil das will ich nicht weg tun das bräuchte mich nachher ich will aber noch die 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 schafe züchten so da 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 das bräuchte ich noch und ich schere kann zu werkzeug mit da unten ist alles fertig gewesen so dann geht es jetzt mal in das start house dann müsste noch ein bisschen koppels zeugs rumsliegen wenn ich komme zum sinne von koppel sondern einfach nur irgendwelches koppel genau so scheiß rum die cds kann ich hier drin lassen weil die werden eh nur hier gehört genauso wie die namensschilder und sattel aus mir hier weiter kommt er dann später woanders in die sitte spitzhacke samen okay das kann mit weil die sache brauchen wir echt nur bei der pferdezucht deswegen kann man das getrost hier lassen erst mal ich gebe mir darum die ganzen kisten hier sowas zu entmüllen aus dem einfachen grund wenn man dann wieder kommen später muss man uns nicht damit rumschlagen dass alles irgendwo liegt sondern wir haben ja nach unter folgenden nicht mehr wirklich orientierung was wir noch hatten also gehen wir einfach ins lager und finden da alles ist hierher das ist eigentlich gerade mein anliegen da kann man ruhig mal alle 200 folgen das kann man ja wirklich so machen dass man dann wirklich achte diese 200 folgen nachdem man sich umswitcht kann ruhig mal alle 200 folgen ich bin ich raus und habe ein kratzer im hals die kisten wollen wollte ich sagen für sowas wäre natürlich jetzt der backpack mode ziemlich geil aber der ist glaube ich raus geflogen da ausgeflogen ist es nicht der ist noch drin der ist noch drin der backpack mode allerdings muss ich dafür 8d da finden irgendwo habs gefunden so dann kommt mich das ja alles mit backpack geht das jetzt echt das wäre nämlich mega ist ja musste man das brennen habe ich was zum brennen keine ahnung wie man die mittlerweile macht dann geht es anscheinend doch nicht schade hellgraue wolle haben wir hier noch schwarze wolle haben wir hier noch rote wolle haben wir noch die wolle lasst jetzt einfach mal hier liegen weil die gehört ja doch ein bisschen mit dazu und dann habe ich ein bisschen mehr platz im inventar sehr schön nichts ist das eigentlich seelensand so überdauere da ist schon eweser lager aus schule schule habe ich noch holz dabei nicht wirklich gehen wir erst mal erst mal die Sticks hier rein, da war noch Sticks gehabt, genau, super. So, das ist jetzt die Monster Truhe, gehen wir mal auf die andere, sieht besser aus, genau, hier. Hier. Da. Tintenbeutel. Steppt aber noch. Hühnchen. So, dann hier, hier, jetzt hab ich die Federn vergessen. Federn, so. Hier, hier, Schwarzpulver hat man ja noch ein bisschen, ein bisschen, das ist ein ganzer Stack gewesen. Und hier haben wir sonst, äh, what the fuck. What the fuck. Dann haben wir hier noch Äpfel, dann haben wir hier noch... Laub kommt runter. Eier kommen hier rein. Das kommt hier rein, das kommt hier rein, das kommt hier rein, das kommt hier rein. Das kommt hier rein. Äh, das kommt woanders hin. Kaktus kommt noch hier rein. Dann müsste ich jetzt eventuell den Kaktus mal hier reinlegen. Äh, Redstone, der Rest kommt woanders hin. Und zwar im Moment, so. Das kommt auch hier rein. So. Ne. Okay. Okay, das kommt hier rein. Das hier rein. Das hier rein. Schön sortieren wieder. Ähm, klebriger Kolben. Und die Steine kommt da rein. Genauso wie die Eimer. Redstone kommt hier runter. Werkzeuge, das Eisenschwert kommt jetzt hier her. Und die Neverwarze müsste eigentlich noch mit hier rein. So. Dann geht's hier noch los. Hier ist nichts mehr. Unten ist nichts mehr. In dem Haus ist nichts mehr. Im Bauernhaus ist nichts mehr. Im Blumenhaus ist auch nichts mehr. Ähm, ähm. Hier unten haben wir auch alles leer gemacht. Dann müssen wir uns jetzt um hier oben kümmern. Die Rob ich gleich so wie sie ist runter. Und dann nehme ich jetzt mal die ganze Erde mit. Tudu. Und den Stein. Wenn ich in 30 Kisten rennen muss. Oder nur in einer Kiste rennen muss. Okay. Die lässt hier oben. Und nehme ich dafür davon noch eins mehr mit. Und davon. Was zur Hölle macht die Kuh hier? Keine Ahnung. Na gut. So. Wir haben es gleich geschafft, meine Freunde. Nur noch einmal von der Dings da nachher rennen. Und dann müssen wir noch einmal. Boah, es ist dunkel. Und dann müssen wir noch einmal vom. Vom Sky Islands hier runterkommen. Stimmt, das ist. Erstmal habe ich Stein hier noch ein bisschen. Stein, Stein. Pilz habe ich auch noch dabei, okay. So, ich würde sagen, das ist mal genug Gras. Was wir abgehendet haben da. Das ist richtig viel. Und die Erde reicht sich nicht mal aus. Sie ist 6. Da hat doch recht aus. Glaube haben wir noch ein bisschen. Kies haben wir noch ein bisschen. Eisen haben wir noch ein bisschen. Auch Holz haben wir noch ein bisschen. Das ist sogar ziemlich selten momentan, dass wir noch Holz haben. Äh, und. Huch. Pilz kommt dann da hoch. Ich würde mir ja gerne Fucke mitnehmen, weiß aber nicht, was ich hier so viel habe. 26, naja. Nehmen wir mal hier einen... Stack Kohle. So. So, die ganze Zeit verwandt, dass ich halt jetzt einfach mal... Alles, was nicht richtig ausgeleuchtet ist, auf dem Weg dahin... Werde ich mal ausleuchten. Was haben wir hier noch? So, hier müsste noch eine hin. So. Auch hier noch. So. Okay. So, jetzt haben wir den Kies hier. Kies, 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 Kies. Kies, Kies, Kies. Kies, 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 Kies. Was habe ich hier auch gemacht, der gemacht ist? Okay, dann geht es jetzt auf nach oben und dann schauen wir mal, was da oben noch so ist. Hopp, 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 lalalala. Ah ja, machen wir ja auch noch nicht fertig. Okay, ist das alles oder haben wir dann noch ein bisschen mehr? Ja, noch mehr, okay. Wir haben noch eine ganze Menge mehr hier, oh mein Gott. Oh mein Gott. Hm, 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 hm. Autsch. Hm, ich sehe nichts, das ist ein bisschen doof. Wie komme ich jetzt wieder runter? Hallo?